Nur zwei Tage nachdem 430 Mitarbeiter der Autoreparaturkette ATU nach einer Krisensitzung wegen der drohenden Firmenpleite um ihre Arbeitsplätze zittern mussten, prüft LackiKar möglichst viele der 25 ATU-Werkstätten in allen Bundesländern außer dem Burgenland und somit auch 430 Arbeitsplätze mit einer Übernahme zu retten. LackiKar-Eigentümer Osteuer Matic meint zur Krone, Wir möchten mit unserem bewährten und erfolgreichen Geschäftskonzept diese Standorte zukunftsfit machen. Gleichzeitig bekräftigte der Firmenchef, dass es ihm neben dem Erhalt der Arbeitsplätze auch darum gehe, bestehenden Kunden den manchmal mühsamen Werkstattwechsel zu ersparen. Das derzeitige Werkstattnetz von LackiKar umfasst 44 Standorte in Österreich und zwei in der Schweiz.